Die Ausstellung ist ja doch sehr groß, natürlich in einem riesigen Museum, aber auch wenn es nicht ganz die offizielle Museum für das vollendete Museum war, es wurde doch gefühlt als die Eröffnung des Museums, wie es jetzt wirklich funktioniert, mit einer ganz großen Ausstellung aus dem Ausland, aus Deutschland. Und das wird, denke ich, schon erfahren als irgendwie Tribut der Welt an China. Und der Direktor des Museums, Li Zhang Shen, hat das auch, sagt es immer wieder mit großem Gusto, wie die Länder der Welt Schlange stehen, um in seinem Museum in China ihr Kunst zu zeigen als Tribut. Was soll er auch so sagen? Andererseits, vom Kind aus chinesischem Blick, die Aufklärung ist ja aus geistesgeschichtlicher Epoche ziemlich gut bekannt in China. Nicht die Kunst der Aufklärung, aber die Denke, Kant, Hegel und das führt zu Engels, Marx und zu Mao Zedong. Das war sicher ein Grund, warum das Thema für China attraktiv war. Und als Abschluss, jetzt ist die Partei mit 70 bis 80 Millionen Mitgliedern etwas Riesiges. Sicher nicht monolitisch, aber etwas Riesiges. Aber die Anfälle der kommunistischen Bewegung findet, das hat natürlich etwas Romantisches. Das hat auch, das benutzt die Partei jetzt auch für ihre Legitimation. Die Bewegung des 4. Mai, die Studenten 1919, die eben erstmals diese europäische Gedankenwelt kennenlernte, auch großteils aus der Zeit der Aufklärung, dass dieser Idealismus der Anfangszeit der kommunistischen Bewegung und dann noch dazu der Freiheitskampf gegen Japan, das findet man ein bisschen zurück, vielleicht auch in dieser Ausstellung, weil das damals auch Gärte geboren hat, in der Zeit der Aufklärung in Europa. Das ist irgendwie eine Verbindung. Das heißt, es fühlt sich schön zu sein.